Die Einfahrt in den Bahnhof sowie ein Schlund, das Wegnehmen der Geschwindigkeit überdrug sich, Gleiseampeln irgendwie unübersehbar, durch das Abbremsen der Räder herausgerissen. Plötzlich stand alles still. Dann setzte es sich in Bewegung. Entrückt Frauen, Augenblicken faller Sehnsucht, zärtlich kommt ihr Blick. Traumgestalten treten jetzt heran, in den Augen steht ein Lichterglanz. Der Dichter senkt den Blick, ergreife ihn den Augenblick. Über toutes, Höhe, 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 Höhe. So cool.